Was sind Werkstoffe? Werkstoffe ist ein Oberbegriff. Das wäre die Brücke. Diesen Oberbegriff brauchen wir, glaube ich, um das hier hinzukriegen, um die Brücke zu bauen zum Inhalt. Wir können auch arbeiten mit dem Wort umfassen. Werkstoffe sind ein Oberbegriff für oder umfassen. Und was umfassen sie? Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Ich erkläre gleich im nächsten Video, was das genau ist. Also Rohstoffe, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe zusammengefasst, unter den Oberbegriff gefasst, Werkstoffe. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert. Lrei bis dann zum Schlag. Bis zum nächsten Mal.